Deren Leben für deren Problem und diesen Weg und dazu mache ich ein Seminar als Frau, wie kann ich mir gehörst oder unbewusst messen sie Dinge besser kennen als der Mann. In den deutschen Flugzeugen bin ich mit meinen Kunden in der Natur. Wenn man seine Quelle des Glücks gefunden hat, dann ist es.